Mein Name ist Stefan Wimmer und ich leite das Team Business Consulting. Bei uns gibt es Projektmanager, Prozessmanager und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Bereich Service and Integration Management. Unsere Kunden holen uns für das Thema Projektmanagement immer dann, wenn sie Dinge umsetzen wollen, die nicht zum Regelbetrieb gehören. Dinge, die in einem gewissen Zeitraum zu einem begrenzten Budget umgesetzt werden wollen. Das Thema Prozessmanagement unterstützen wir dahingehend, dass wir bestehende Prozesse anpassen und optimieren oder auch neue Prozesse erstellen. Vor allem versuchen wir, diese Prozesse entsprechend den Mitarbeitern nahezubringen, dass diese dann auch gelebt werden. Beim Service and Integration Management geht es darum, dass, wenn Sie viele Dienstleister haben, wir diese zentral koordinieren und steuern. Sollten Sie Bedarf an einem unserer Services haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen würden. Das Thema Prozessmanagement ist, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen würden. Das Thema Prozessmanagement ist, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen würden.